Harry Kane zum FC Bayern? FCB und Tottenham Hotspur nähern sich wegen Ablöse an. Die FC Bayern und Tottenham Hotspur scheinen kurz davor zu stehen, eine Ablösesumme für Harry Kane zu erreichen. Nach Informationen der TZ liegen die beiden Seiten noch zwischen 15 und 20 Millionen Euro. Langsam aber sicher scheint den Münchnern die Zeit davon zu laufen. Wie der Evening-Standard berichtet, will Kane bei den Spurs bleiben, falls sich die Vereine nicht bis zum 13. August auf einen Transfer einigen. Es war über Kehns Transformation, fantastisch Lothar Matthäus sieht die Möglichkeit eines Transfers von Stürmer Harry Kane zum FC Bayern München positiv. Ich denke, wir werden eine Einigung mit Tottenham erzielen, sagte der 51-Jährige gegenüber RTLN TV und fügte hinzu, ich denke. Nicht nur Bayern München, sondern die gesamte Bundesliga kann mit den Begnern rechnen. Nachdem in den letzten Jahren mehrere Stars die Bundesliga verlassen haben. Matthäus weiter, aber natürlich boomt der Markt. Werde Kane wieder ein Ausrufezeichen setzen, sagt Matthäus. Und der FC Bayern muss das in seinem eigenen Tempo machen. Am Montag kehrten Bayern-Geschäftsführer Jan-Christian Dresen und technischer Direktor Marco Neppe. Ohne Durchbruch aus der nächsten Gesprächsrunde mit Spurs-Chef Daniel Levy bei Cousa Khan in London zurück. Daher sollen die beiden Klubs hinsichtlich der Transfer-Idee des englischen Nationalspielers noch weit voneinander entfernt sein. Das Team um Trainer Thomas Duchel ist weiterhin in Asien unterwegs. Das letzte Testspiel gegen Liverpool findet am Mittwoch, 13.30 Uhr live, in Singapur statt, bevor die Bayern nach München zurückkehren. Bayern mit neuer Aktion die Daily Mail berichtete am Sonntag über eine weitere Gesprächsrunde. Die deutsche Delegation ist zuversichtlich, den von den Spurs geforderten Preis von 90 Millionen Pfund, 105 Millionen Pfund, durchsetzen zu können. Das neue Angebot des deutschen Meisters soll einen Wert von umgerechnet 87,3 Millionen Euro haben. Mit Ausnahme des 30-jährigen Stürmers Kane, der einen Vertrag mit einer Laufzeit von vier oder fünf Jahren erhält. Kane selbst hat einem Wechsel zum FC Bayern längst zugestimmt. Absagetreffen in Tottenham Bayern-Geschäftsführer Jan-Christian Dresen und technischer Direktor Marco Neppe haben sich entschieden, nicht nach Asien zu reisen, um Keynes Transferfrist gerecht abzuschließen. Beide werden am Freitag nach London reisen, um Spurs-Boss Daniel Levy zu treffen. Laut Daily Delgraf wird in Verhandlungen mit den Spurs auch eine Rückkaufoption diskutiert. Dadurch könnte Kano am Ende seiner Karriere wieder in der Premier League spielen. Wo er nur noch 47 Tore vom ewigen Torrekord, Ellen Schirer, 260, entfernt ist. Tottenham beendete seine Asien-Tour am Mittwoch mit einem 5 zu einem Sieg über die LCS Hellers in Singapur. Kane wirkte während der anschließenden Siegerrunde im Stadion lustlos. Der Kapitän des Spurs nahm auch die vom dreimaligen Torschützen Rich Rallison geschickte Tiger-Cup-Trophäe nicht entgegen. Allerdings sind die beiden Seiten vorerst noch weit voneinander entfernt. Neben Kane, 29 Jahre, haben die Bayern auch Interesse an Rechtsverteidiger Galboka, 33 Jahre, von Manchester City. Tottenham trifft Bayern. Tottenham-Trainer Daniel Levy hat offenbar ein geplantes Treffen mit den Verantwortlichen des FC Bayern München wegen des möglichen Transfers von Harry Kane verschoben. Wie der britische Journalist Ben Jacobs am Freitag berichtete, werden sich die Parteien erst Anfang nächster Woche wieder in London treffen. Sport1 hat die Angaben bestätigt. Boss Bayern reisen nach London Der Wechsel des englischen Stürmers Harry Kane von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München nimmt immer konkrete Reformen an. Nach Informationen von The Guardian und Bild werden Bayern-Geschäftsführer Jan-Christian Dresen und Teamplaner Marco Nepo am Freitag nach London reisen. Um Spurs-Boss Daniel Levy zu treffen und die Rahmenbedingungen für eine mögliche Einigung zu besprechen. Heiner, Karne wird gut für die Bundesliga sein. Bayern München Präsident Herbert Heiner hat die Bedeutung des Transfers von Superstar Harry Kane für das gesamte Turnier betont. Harry Kane ist auf jeden Fall ein sehr attraktiver Spieler, Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Dr. Schütze. Kein Zweifel, sagte Heiner am Rande der Studentenreise. Insofern wird er für uns und die Bundesliga gut abschneiden. Meisterschaftsrekord von Deutschland nach Asien PSG entscheidet sich immer noch für das Fliegen bei Karne Pukka, die nie endende Geschichte von Harry Kane's Fähigkeit. Neben dem FC Bayern München hat sich auch Paris Saint-Germain klar positioniert. Sich zu verändern, wird mit jedem Kapitel reicher. Wie der französische Radiosender RMC berichtete, tauschten beide Seiten kürzlich Informationen aus. BSG-Präsident Nasser Al-Khelaife soll Spurs-Boss Daniel Levy in London getroffen haben. Bericht, klare Hinweis für Spurs-Boss bei Karne Pukka im Spiel gegen Harry Kane hat dort einem Besitzer Joe Louis eindeutig ein kraftvolles Wort geäußert. Laut der englischen Zeitung The Telegraph hat Daniel Levy, CEO von Louis Spurs, erklärt, dass er den vom FC Bayern München verfolgten Stürmer verkaufen muss. Nach Informationen der Times weigerte sich Karne, seine Arbeitsunterlagen offen zu legen. Wenn Karne seinen Vertrag nicht über 2024 hinaus verlängert. Spurs-Trainer forderte Karne Entscheidung, niemand will das. Der Poker um Harry Kane und das Interesse des FC Bayern bescheren Tottenham Hotspur schwierige Zeiten. Trainer Ange Postekoglu musste sich immer wieder Fragen zu diesem Thema stellen. Infolgedessen sagte der Spurs-Manager gegenüber Reportern, ich glaube nicht wirklich, dass irgendjemand von uns möchte, dass das zu lange anhält. Auch er sehe die ganze Sache und zweideutig, betont Postekoglu. Vier Möglichkeiten, Karne Poker zu sehen Uli Hoeneß stürzt sich ins Pokern um Harry Kane beim FC Bayern München, beißt dabei aber Tottenham Hotspur-Boss David Levy auf den Granit. Beim FC Bayern wünscht man sich nun, dass die Wogen ruhiger werden, um den Spurs im Transferspiel Zugeständnisse zu machen. Der Stand der Geschichte wird aus vier Blickwinkeln übertragen Karne selbst bleibt ruhig, andere Vereine sehen ihre Chance.